Ja, willkommen zurück zu Terraria. Herr John hat jetzt dann wohl vielleicht seine Problemchen gelöst. Mal gucken. Ich habe viele Problemchen, die wahrscheinlich in nächster Zeit nicht gelöst werden. Ja gut, ich meine jetzt speziell die Nebengräufe, die du hattest. Ja, hat irgendwas mit Terraria zu tun gehabt. Wahrscheinlich von deinem Computer-Selbstmordversuch. Ja, der hat sich gesagt, was? Was machst denn du hier? Danke. Sehr belohnend. Ich durfte dich anmerken, dass ich dieses Mal nicht dran schuld war. Fängt ja gut an, die Folge. Herrlich. Jetzt hast du das Auge da eingesperrt. Das ist ja egal, das kann ja nach oben weg, wenn es will. Warum ist die Tür hier die ganze Zeit auf? Weil ich die aufgelassen habe. Aber die muss da sein, damit das ein Haus für den ist. Der soll doch da oben in eine Bude ziehen, der Affe. Macht doch eh nichts. Das ist richtig, der steht einfach nur drumrum. Am besten, wenn es denn hier unten der Händler wäre. Ja, dann lass mal den mal da hinziehen. Nein, jetzt läuft er raus. Der geht jetzt nicht raus, oder? Ja. Okay. Los, geh sterben. Komm, geh sterben. Jack. Nein. Was findet da jetzt den Weg nicht? Ich habe gesagt, das ist eins zu hoch. Nee, nee, der springt da so oder so nicht hoch. Wenn der das nächste Mal tot ist, dann spawnt der da oben. Oder wenn das nächste Mal die Welt neu gestartet wird. Ich finde, kann es doch mal ein Tag werden, dass mal die anderen NPCs vorbeikommen. Oh, geht mir das auf den Sackenpäck, der da oben. Oh, Stern. Geh da weg. Geh weg. Geh. Ninja, Leute. Oh, das Auge. Ich habe es wirklich gebacken. Jetzt geht er raus. Hat sie gedacht, oh gut. Da kannst du ja dein Geld holen. Oh, jetzt habe ich auch Samenmäcker. Wie hoch geht denn das? Kann ich mal so überhaupt nicht, ja? Hat einen N. Ja, aber... Oh, scheiße. Ich dachte schon, ich sterbe jetzt. Aber geht ja ein schön weit hoch. Ja. Ja. Erstmal warte, bis fertig ist jetzt. Erstmal ein bisschen Map aufdecken. Ja. 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 Ich denke, so Holzdinger sind da tatsächlich besser. Ach. Kannst ruhig ein Loch durchmassen, dass du nicht durchlaufen kannst, oder so? Dann musst du eh nicht hier durch. Ähm. Was ist denn? Ja, ich habe nur geguckt, wo... ...meine Axt ist. Du willst jetzt aber nicht da oben die... ...Schlange draufstellen, oder? Der kennt mich, das Kacke. Ja. Ja. Steht. Ja. Kann ich mich daran anschließen? Nisch, nee. Doch. LOL. LOL, man kann an der Schlange bauen. könnte es denn normalerweise die übelste das habe ich schon mal gemacht in einem spielstadt habe ich ein fliegendes piratenchef und das war meine basis ein kleines stück oder so noch vertretbar der kommt einfach fliegender schleim an you fucking kidding me seriously so ein bander kaffen da einfach fliegender schleim an ja mal feiltschür machen oder so d d d d bist du du bist bei mir gar nicht mehr angezeigt also nur noch die entfernung 700 fuß über mir da ist eine da ist eine ich habe ich habe ich habe die wolkeninseln gefunden das habe ich doch besucht seit wann gibt es auf der wolkeninsel seit wann gibt es schleim aus der wolkeninsel aller schwerelosigkeit ich bin nicht ich bin ein bisschen weiter als ich wollte habe ich habe die tue auf die tue zu habe lucky also schon mal bekommen also ich bekomme jetzt gar keinen fall schaden mehr was genau soll ich dann auch dazu sagen herzlichen glückwunsch sie haben gewonnen ich baue mir hier noch das gold und das silber seit wann verfickt nochmal gibt es erzhafte wolkeninseln soll ich uns ein paar regenwolken mitbringen dass wir die felder begießen können ja genau ja 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 F***t euch hier ab, oh ich hab mich dran Weil ich wahrscheinlich nicht sagen soll, jetzt kommen sie ja nicht dran oder so Alter, da kommt ein Schleim vom Himmel gefallen Ist wahrscheinlich von meiner Scale Bridge runter gefallen Ja, hier sind halt einfach, wie viele Schleime auf der Brücke Aber die springen halt einfach alle in den Tod So reicht ja erstmal ein Rainclouds oder? Zwei und drei ist Rainclouds oder so, der reicht, wo bin ich eigentlich? Auch da hinten, bei der Wüste quasi, beim Anfang Genau Was denn? Da ist ein Schleim direkt auf mich drauf gesprungen Recall Potion wäre jetzt eigentlich irgendwie Verschwendung Ist das gerade Nacht oder Tag bei mir hier oben? Ich sehe nur Sterne Ja, es ist Tag Okay, ich fall mal runter Tut ja nix Wieso? Ich hab doch hier, du brauchst nur auf deine Brücke Ja, da sind überall Harbchen, wie soll ich denn da hinkommen? Tut doch nicht weh, wenn ich von da oben runterspringe Wo ist es doch? Kein Falscher Wo ist es doch? Kein Falscher Die ganze Schleime da halt runter springen Das ist so So dämlich Wo kommt denn die ganzen Schleim hierher? Die fallen alle von deiner Skybridge runter Hast du da nochmal höher gebaut, nachdem du die Brücke gebaut hast? Ich bin bis ins Weltall hoch Also ja Ich hab da noch zwei weitere Brücken nach oben gebaut Ich hab einfach Brücke so ein bisschen gebaut Bin ein bisschen mal da nach rechts Hab die Schlange nochmal hingestellt Hab an der Schlange wieder eine Brücke nach rechts gebaut Hab die Schlange wieder hingestellt Und hab wieder an der Brücke nach rechts gebaut Und Bis ich halt dann weiter oben war Und im Weltall kriegst du dann das Ding für Keinen Falschschaden oder was? Da hab ich dann jetzt in der Kiste Zum Glück ein Horsehole drin gehabt Ja Was falsch Ach da war auf der Auf der Wolke war so ein Ding drin So eine Kiste Ja ja auf den Genau auf den Wolkeninseln Gibt's Kisten Da ist eine Basis Eine Kiste Ich hab eine Crafting Station um Wolken zu craften Und ich hab ein paar Regenwolken mitgenommen Ja 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 Regenwolken Du bist gleich tot Na ja Mach's Tschüss Tschüss Die andere Seite wartet ja oder? zack 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 du hast ja bestimmt auch noch steine dabei oder? ja ein paar, nein nur 160 das geht ja, ich hab nämlich nur noch 500 auf jeden Fall mal der geilste Fund hier der Seite mit der Schlange jetzt vorsichtig vorsichtig hier oben ne erstmal hier schwerelos und Harbchen zum Glück kann mir jetzt nichts mehr passieren wenn ich runter falle außer ich falle in ein Loch oder so oh nice wir haben unseren nächsten NPC bekommen hinter uns ist ein Schleim gelandet hast du eigentlich schon das ich hieven? bis ans Ende der Welt? ne na dann zack dran anstoßen und? ja lass mal den Schleim vorbeispringen wow what the f- hast du den gesehen ey hat mich fast nur erwischt der Drecksack wow ich glaub hier kommt jetzt irgendwie so zu schnell nix das was auch hinter dir der springt halt einfach vorbei läuft oh doch da nice Nice, nice, nice. Serv? Okay. Oh, wow. Wie geht's? Jawohl, ja. Der Jack der Potte. Hier. Wurde mal. Ringmeister. Hier. Packst hier rein in die Liste rechts. Ah, geil. Jetzt brauche ich allerdings die Luftballons noch. Also, ich wollte weiter noch Luft in sein. Super. Oh, hab ich. Von unten? Von unten, von oben, von überall. Scheiße. Mach mal Offensive nach unten, oder? Springen einfach runter. Einfach schön weit runter. Und nimm einen Haltrunk auf dem Weg nach unten, oder so. Das geht auch. Aber das, da kommst du, das ist nicht so effektiv. Seh' nicht. Oh, Mann. Ich glaub, ich nehm mal ein Recorps raus. Der ist voll in der Corruption gelandet und mitten in so'n scheiß Corruption noch reingejumped. Das ist geil. Also, das Ding ist wirklich nice. Das war so. Ja. Jetzt kannst du, jetzt ist es zumindest nicht mehr von wegen hier, Last Link didn't bounce oder sowas. Das ist schon ein Grund, weniger zu sterben. Achso, ja, das ist eine Legendary Pickaxe. Wollte schon sagen. Die Gold ist ja eigentlich die... Ah, seriously? Da kann ich die erste Gold Pickaxe bauen, und was ist es? Annoying Gold Pickaxe. Ah, fuck you, Game. Achso, hier, dann nimm du die Legendary so lange hier. Ach, du hast für eine Legendary gehabt? Ja. Eines versteh' ich nicht, ja? Wie das immer funktioniert. Legendär. Was hast du nur für einen Helm? Also, meine war schon riesig. Ich hab schon nischt dir gesagt, ja. Was ich für einen Helm hatte? Einen Zinnhelm. Ah, okay. Dann kann der Zinnhelm hier wecken, weil... Ähm... Hast du noch irgendwie Eisen oder sowas gefunden? Ich hab... Eine braune Druckplatte, wenn du willst. Das ist... Zehn Eisenherz hab ich noch. Ja. Ich muss mal rüber. Wo ist denn da? Kann ich jetzt... Zinn... Jetzt könnt ihr einen Eisenhelm bauen. Das wär schon geil. Ja. Jetzt kannst du den Zinn unten auf dem Mülltub ziehen. Ja. Ähm... Nicht grad da. Passt nicht hin wegen der Fackel. Okay. Wir brauchen ja da keine Fackel, wenn da das Lagerfeuer ist. Jetzt noch ein Eisenhabenboss. Für 74 Silber. Und ein Sparschwein. Und ein Sparschwein. Wie viel Geld haben wir? Oh ja, lass uns mal Sparschweine kaufen. Zwei Stück, jede eins. Und ein Bergmannshelm. Für 3 Gold 80. Nee. Und da. Job. Äh... Koffer Quatsch. Wir brauchen ne Piggy Bank. Zwei Stück. Hast du das Geld aus der Kiste hier, ne? Und ihr habt... Jaja. Jaja. Wir könnten uns... Kein Minenhelm leisten. Schade. Aber da können wir noch ne Piggy Bank hier einfach aufstellen. Stellen wir hier unten ne Piggy Bank hin. Und sonst hat jeder dann einer in der Tasche zum Mitnehmen. Sorry. Haben wir noch Holz? Vielleicht hab noch ein bisschen Holz. Da brauch ich jeden von uns mal so ne... Bench. Die Piggy ist sicher. Bist ne überhaupt noch da oben? Äh... Ja. Dein Tisch und deine Piggy. Am besten mit Alt die gleich absichern. Weißt du wie? Hä? Mit Alt festhalten, dann kriegst du so nen Stern und dann linke Maustaste drauf. Dann werden die abgesichert, dass die nicht irgendwie... Das nicht auszusehen wegschmeißt oder verkaufst oder irgendwas. Obwohl wegschmeißen kannst du glaub ich immer noch ohne Soße. Kaufst du die Arrows? Kaufst du bestimmt die Arrows. Oh nice. Zwei Grabsteine von John bringen kein Geld. Wer hättest du gedacht schon? Deine Grabsteine bringen einfach keine Kohle. Dabei ist die nicht so teuer ne? Drei Silber für den Maschhoof. Ne, die Maschhoofs brauchen. Die Silberspitze kannst du vielleicht verkaufen noch. Die die ich hatte. Ich hab noch 20 Wurfsterne. Ich hab noch 20 Wurfsterne. Komm. 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 Los. Verdammt. Was fehlt denn? 18... 34 Silber damit ich mit dem blöden Helm ruhen kann. Verdammt. Hier. Hier. Da. Kaufen. Die Pärdehelden. Maschloch. Yay. Und da. Hübsch ne? Funktioniert leider nicht im Vanity Sword glaub ich. Jopp. 8 Licht. Und im Vanity Slot kein Licht. Scheiße. Oh. Sollte jetzt erstmal noch nicht das Problem sein. Wie hast du da? Was? Na. Vielleicht haben wir hier noch da die Silber kann man verkaufen oder? Ja. Ja. Dann lass mal den ganzen Scheiß verkaufen. Vielleicht kriegt man für dich auch noch nen... So nen Helm weißt du? Jo. Ja. Was halt alles so gar nix wert. Ja. 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 Nee, 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 die Schlangenflöte brauch ich noch Wie viel hast du mir jetzt noch? Geld hab ich gar nix und wertvolle Sachen auch nicht Tacke, dann kriegen wir's wohl nicht zusammen Wie sag, die Spitzhacker hab ich dir noch gegeben Nee, hab ich grad alles schon verkauft Alles schon verkauft Wir sind jetzt bei... 61 Silber Hm, Wahnsinn Ist geil, ne? Wir sind fast 62 Silber Ich könnte eigentlich mal die... Ich könnte eigentlich mal die... Äh... Und wenn's jetzt nicht grad Nachtteuer würd ich nochmal nach... ...ne weiteren Sky-Plattform suchen Oder... Oder zwei Dass immer noch die Luftballons kriegen Und Dach Und Dach Ist geil, ne? Allerdings... Äh... Hier... Hier... Hier, nimm mal... Hast du? Ja... Weil ich... Weil ich... Ich brauch das jetzt oben... ...nicht... ...wenn ich jetzt noch ansonsten eine Sky-Bridge weiter suche Da unter dir ist Eisen oder sowas Hab ich denn den Helm gemacht? Hab ich denn den Piggy gelegt? Tatsächlich Ich... Hey, ist das nicht grad wieder hell geworden? Nee Ach scheiße, ich hab hier nur noch 192 Steine... Äh... Hast du deinen Stein hier in der Kiste gelegt? Nicht, ne? Nee Hast du den denn da... Wie viel hast du denn noch? 900... Einfass Ja, läuft Kipp, kipp, kipp Ok Da suche ich uns mal noch ein paar Luftballons Da suche ich uns mal noch ein paar Luftballons Ein scheiß fliegender Fisch, willst du mich verarschen? Seriously? Biss dich? Oh! 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 I fifteen Oh! Oh! realizes bart ati Ach, ich schaue ihn noch. Und, was ist da oben schönes? Ja, Kekse Ja, und Regenbogenschleim Ja, und Regenbogenschleim Ja, und Regenbogenschleim Ist das jetzt die gleiche Insel gewesen oder ist das eine andere? War es gar keine bisher Achso In welche Richtung bist du jetzt nochmal gegangen? Links Ich guck auch bisschen grade auf mittlerer Höhe Höhe Dass ich äh Vielleicht tiefere Okay Tiefere Wolkeninseln ziehe weißt du Hm Aber halt mit der Schlange guck ich trotzdem Ich guck die Großen sonst aber schon Alter Was zum Wetter Ey geh weg Fliegfisch Boah fuck ihn ja Seriously Ach Fickt euch doch ihr blöden Schleimviecher Echt So wie es aussieht haben sie nicht runtergekickt Ahja Na Katze Was los Klar Ich glaube wir haben sie Nein Oh Oh Verf***te Ziel Boah Katze nur du längst ab Gleich tot Du bist gleich tot Du bist gleich tot habe ich gesagt Hm Ich dachte du meinst die Katze wollte ich schon sagen die ist doch gerade das neu Ich dachte die ist mit Pervolle waschen Nee Wenn dann Pervolle Hehehe Weißt du wegen Pervolle Weißt du wegen Pervolle Hehehe Weißt du wegen Pervolle Das ist schon geiles Alter Das ist schon geiles Alter Geh mit deinem Ballon woanders hin Du brauchst dann nur Du brauchst nur mit dem Ding äh mit diesem Pusterrohr was du da hast den Ballon abzuschießen dann stürzen die da ab Ja aber dann stürzen die ja auf meine Dings auf meine Scarebridge Ich muss einfach nur wenn die auf mich zu steuern Einfach drüber springen und dann fliegen die an mir vorbei und fliegen nach unten Jetzt hätte ich gerne wie von Faktoria so persönlich Laser Defense wissen Hehehe Ich wollte es ja eigentlich sowieso als Summoner äh spielen das Playthrough Aber ich hab oh dahinten das Piratenchef Äh was wollte ich denn sagen Achso ja Summoner Und ich hab nur keine Ahnung wo ich das erste Summoner Item herkriege Ich hab da raus Ich hab schon immer noch die Vitamilie Ich hab noch das ganze Skybridge bauen, konzentriert sein und gleichzeitig ist es langweilig. Hey, jetzt bist du in die andere Richtung gegangen oder was? Ja. Okay. Okay. Oh, ja. oh nice hab noch ne hinseh gefunden und werd auch direkt von harpen an die kürz und schnell ins aus rein ehh fuck wieder ein haushold drin da machen die schaden da oben liegen jetzt 90 silber die bleiben da auch liegen habe ich verschlossen ach die hast du gar nicht in die dings rein gepackt die habe ich verdient ach so oder weiß gar nicht nö in der piggy bank sind noch die 61 silber nö nö die hatte ich verdient nö 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 was hast du für eins nö nö normales so ne zwei prozent schaden was jetzt vom zombie alter ich guck kurz ins menü alter ohne ja er soll ich hier aber nicht viele ich hab hier zu weit oben gegraben ja hat sinn 43 minuten dann mach mir erst mal auf feierabend dann macht's gut und bis denn dann ja